ja hallo und willkommen hier zu einer neuen folge supermessie 1914 auf meinem kanal zu unserem youtube turnier ja wir haben es tag nummer sechs und wir schauen mal wieder kurz rein was ich so getan hat das ist jetzt aber auch wirklich nur eine kleine folge also ich habe leider nicht so viel zeit aber wir wollen trotzdem mal kurz schauen was passiert und eine sache ist passiert auf die wollen wir jetzt direkt zu beginn eingehen ein desaster hier in deutschland beziehungsweise in europa das team akkula das war mein wecker das team akkula kann man eigentlich so sagen geschlagen ich gucke mal ob überhaupt teammitglieder von ihm übrig sind ja theoretisch alle noch da aber ihr seht hier ja sie sind mehr oder weniger komplett raus das muss jetzt hier gestern nachmittag beziehungsweise jetzt über nacht passiert sein wirklichen desastertruppen alle weg akkula jetzt hier komplett in bedrängen dass keine teammitglieder mehr vorhanden mehr oder weniger wirklich nicht gut und ja was soll man sagen tut mir natürlich für akkula leid hätte besser laufen können aber unterm strich natürlich zum zweck des turniers es können leider nicht alle weiterkommen müssen wir einfach damit leben ich fand es trotzdem cool dass er dabei war wir müssen jetzt einfach mal gucken wie es jetzt hier weitergeht ich bin gespannt wie lange er überlebt ob er jetzt wieder so eine aktion macht wie im halbfinale im viertelfinale müssen wir einfach mal schauen ja ansonsten der rest der karte relativ unverändert wir sehen hier immer noch einen sehr starken südosten von asien wir sehen ein sehr starkes chinesisch den kirkistan die hier wirklich sie sich hier wirklich sehr gut ausbreiten und wir sehen jetzt einen sehr starken nordosten in asien die stehen jetzt hier natürlich auf einer sehr langen linie sich gegenüber ich bin sehr gespannt wie das jetzt hier weiter geht wann es jetzt zum krieg kommen wird ich bin gespannt und ich gehe fest davon aus dass es jetzt zu einem krieg kommen wird alles andere würde jetzt nicht so wirklich sinn machen weil wir jetzt hier wirklich sehr lange grenzen haben die koalition kann irgendwo anders hin die hier mehr oder weniger auch nicht also irgendwo hier muss der krieg ausbrechen ich bin gespannt wer da den ersten schritt machen wird und wie sich dann der im zweifel wahrscheinlich lachende dritte aufhalten wird beziehungsweise verhalten wird das ich nehme das nehme die folge jetzt sehr sehr früh auf bin noch gefühlt am schlafen muss jetzt gleich auf arbeit aber ich wollte euch das ganze natürlich nicht vorenthalten ja in afrika immer noch relativ gleiches bild ein sehr starker osten hier der sich durchsetzt so langsam wir haben einen sehr starken nordwesten die koalition hier 22 secrets ja das zeichnet sich so ein bisschen ab wäre jetzt hier so die dominierenden mächte langsam werden wenn wir auch uns die koalitionsrangliste angucken sehen wir doch dass es recht eindeutig wird die marquilla nur noch bei 14 provinzen also ich gehe mal davon aus dass da nicht mehr so viel ja passieren wird zu erwarten sein wird ich denke man sieg ist da relativ ausgeschlossen ja aber ansonsten weiter in südamerika jetzt komplett vereint die lateinamerikanischen nationen wir fangen jetzt langsam an sich aufzubauen versuchen jetzt hier sogar eine landung da bin ich gespannt wie sich das entwickelt ja das muss man halt sagen was wenn wir wenn man das gut ausnutzen und gerade die phase erwischt wo der feind schläft kann sowas natürlich auf jeden fall funktionieren ansonsten im norden hier immer noch relativ eine schöne stagnation nicht passiert nicht wirklich viel keiner traut sich irgendwie in erster schritt zu machen keiner kann hier irgendwie vorrücken sehr stark besetzte festungen also ich vermute mal hier wenn wir auf die fabriken warten müssen und dann schauen wer jetzt die bessere produktion hat oder wer eventuell einen fehler macht so dass der feind hier eine lücke findet ihr ausnutzen kann und damit würde ich sagen ab zur zweiten karte ja und damit sind wir auch direkt auf der zweiten karte und hier deutlich bessere nachrichten wir sehen das team rund um skiller follow chris horst und admiral horatio gute fortschritte erzielen sie haben mir es jetzt geschafft hier mehr oder weniger durchzubrechen haben jetzt hier ein russisch tokistan den lorenz der jetzt hier ja versucht oder der jetzt hier dabei ist durchzubrechen so ein bisschen die lernprovinzen wieder abzustauben ja das ist natürlich jetzt wieder die gefahr wenn wir auch gucken reisezeit hier sechs stunden für den kompletten weg das ist halt nicht viel da spricht halt auch sehr dafür das hat oder daher das ist halt dieser faktor hier bei der geschwindigkeit dass die reisezeit hat sehr kurz sind wir wissen ja deutsches team wir haben es jetzt 5 uhr bei uns da ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass du das über nacht jetzt gemacht haben das team schläft und nicht darauf reagiert und genau so ist es auch das wurde genutzt wir haben müssen mal gucken ich denke mal dass das hier trotzdem nicht von dauer sein wird dass sie hier auf jeden fall noch die chance haben werden in irgendeiner form das auszunutzen dann werden wir sehen wie das team darauf reagiert aber unterm strich auf jeden fall erst mal ein sehr guter fortschritt sind sehr gut vorangekommen könnten provinzen für sich erobern und ihren also ein bisschen schlechteren staat auf jeden fall ausgleichen das hat auf jeden fall deutlich schlechter für sie laufen können ja schon noch immer auf die koalition wie sieht es aus sortieren wir nach punkten ja es sieht recht spannend aus gerade provinz technisch haben wir auch hier zwei die sich relativ gut absitzen können und der rest ist relativ naheinander mit fast knapp 50 provinzen also 49 stück ist die koalition rund um skiller auch jetzt nicht so schlecht dabei haben auf jeden fall noch eine chance hier oben mitzumischen ich bin sehr gespannt so wenn wir das ganze jetzt hier mal in europa angucken sehen wir auch hier das gleiche quality koalition rund um italien und dann auch hier höchstwahrscheinlich besiegt noch entschuldigung ja ich bin gespannt ich lasse mich überraschen wie sich das ganze jetzt hier so entwickeln wird wir sehen jetzt hier in polen in deutschland das hier auf jeden fall jetzt komplett mit hier mit england gemeinsam österreich besiegt hat damit die koalition hier nur noch zu dritt also viele sind noch da wo sind die koalition hier ist noch die ende provinz von österreich die noch überlebt hat da rennen jetzt die 15 infanteristen rein bin ich gespannt ich denke aber nicht also ich hoffe für den spieler dass die zurückgezogen werden weil das ist definitiv nicht gewinnbar ja in afrika hier genau das gleiche bild der osten hier so ein bisschen jetzt oder mittlerweile am gewinnen hier im süden wird wahrscheinlich jetzt versuchen richtung norden zu ziehen ja das ist natürlich alles machbar ich bin gespannt auf wie es hier dann sich fortsetzt gerade wenn man auch hier der nordwesten mit dem südosten zusammenbreit wird das auch hier wahrscheinlich eine sehr spannende geschichte das werden dann zwei sehr große koalition sein wir haben theoretisch ja auch noch hier die rund um ägypten und den sudan die jetzt auch nicht so viel kleiner sein wird blattwollf wie groß sind die 46 46 49 46 zu 64 zu zu 61 ja das ist relativ ausgeglichen muss man sagen die hier ein kleines bisschen im nachteil ja wir werden sehen das wird hier ein netter dreikampf in afrika auf jeden fall und ich bin sehr gespannt wer von den dreien sich durchsetzen wird ja auch hier südamerika besiegt die gleiche koalition wie auch auf der ersten karte könnte jetzt natürlich auch dafür sprechen dass das dass die koalition hier vom startplatz her bisschen ein bisschen her schon wieder mein wecker vom startplatz her ein bisschen besser dasteht ja ich bin gespannt auf wie sich das jetzt hier entwickelt wie große ziel der push richtung norden sein wird die konferenten starten ziehen sich hier auf jeden fall jetzt erstmal zurück er macht natürlich auch sinn ich muss auch sagen ich verstehe nicht so ganz warum die mit ihren einheiten hier im süden stehen ob das so sinn macht kann man sich wahrscheinlich auch darüber streiten hier oben im norden die grenze entsprechend schwach besetzt aber da muss man ja auch sagen wir sind der fünf festungen der gegner sieht nicht was man hatte scheint so als wären keine einheiten beziehungsweise spione benutzt worden und ja das ist dann natürlich ein bisschen doof ansonsten hier britisch columbia jetzt im westen am durchbrechen wir können ja trotzdem sehen dass die ostfront hier gehalten wird es werden einige truppen noch nach norden verschoben ich bin auch hier sehr gespannt wer sich jetzt durchsetzen und wie das alles hier laufen wird ob britisch kanada hier einmal das momentum weiter nutzen kann und richtig durchbricht oder ob es hier irgendwie ja jetzt auch wieder zu einem stehen kommt aber auf jeden fall hier der nordwesten sehr sehr stark hat hier auf jeden fall den ersten schweren schlag setzen können jetzt geht es halt nur noch diesen vorteil auszunutzen ja und damit würde ich sagen bedanke ich mich fürs zuschauen welche folge fallen hat lasst wir gerne da oben da würde mich sehr sehr freuen bis zum nächsten mal tschüss